für dein erst mal auf geht es auf dem scheiß dings mit motorrad nicht nur mit welchem wie gesagt ich garantiere hier auch für nichts die strecke das ist schon mal entscheidender vorteil ja damit kipps daraus wird sich mehr jetzt ist mir wie vor dir jetzt klabe panto ja genau genau sven hör auf damit weiß ich war erster was passiert der dritte kracht wieder mich rein ich sehe da nur die zwei lichter zusammen ja ja wir sind direkt im lander aber kurz in den weg vom vorbeigebremst ja 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 ich bin noch gelangt bei mir als komplett beschwerter werden wir zur seite weggedreht die sind wahrscheinlich die jahre seit die einzigen die es geschafft hat oder was schon wieder vorbei ja das war's ich bin raus ja 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 Oh nein! folgern folgern das buntung des scheißer gut ich muss noch mal behaupten ich konnte auch nicht nur drüber wenn ihr einen punkt hier ich konnte die blühe jetzt bei der karte da oder was er hat ich bin da oder probleme drüber bekommt er ein mit anlaufen wo man aufbieter tanzer ja darüber zu wollen ich sehe dich ja schon wieder aber ich muss das mal hier drüber aber es gibt nur so eine panze oder was ich aufpasst dass du dich da fliegt du kannst doch nicht mal weg schießen die bereite du hast wie so eine kinderachter bahn hält den panzer hier gerade oh alter mit so einem kart ein flugzeug auch jetzt klar die frage ist das der titan was ist das der titan ok blopp blopp wie ist da hinten draußen nicht diese riesige blutzeige einmal aufrauchen blopp 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 bl ja ja immerhin immerhin zweiter ja wie gesagt das war mein erster versuch mit dieser verwandlung es war okay aber es war gesagt ich bin halt zweimal bei dem einsprung wo wir noch zusammen machen quasi mehr weniger gescheitert und das hat mir extrem zeit gekostet sonst wäre ich wahrscheinlich bisher besser dabei gewesen ja ja